Ich melde mich einfach hier heute mal bei dir mit einem Video, weil ich von vielen Handwerkskollegen angesprochen worden bin mit der Frage, welche Auswirkungen wird eigentlich Corona auf meinen Handwerksbetrieb haben. Viele sind im Moment in großer Sorge und ich kann das sehr sehr gut nachvollziehen und deswegen möchte ich euch einfach heute mal hier in diesem Video ein paar Tipps geben, wie ihr möglichst gut durch diese Krise durchkommen könnt. Es gibt eigentlich da so drei Bereiche, die ich immer wieder gerne anspreche und zwar ist der erste Bereich, sorge dich um dich und um deine Mitarbeiter. Das heißt, das Erste, was du natürlich, und bitte verzeih mir, wenn es vielleicht so Banalitäten jetzt auch am Anfang sind, das Erste, worum du dich kümmern musst, ist natürlich erstmal deine eigene Gesundheit und die Gesundheit deiner Mitarbeiter. Das heißt, unterstütze deine Mitarbeiter in den Hygiene-Dingen, die du auf der Baustelle oder in deinem Betrieb umsetzen kannst. Wir haben beispielsweise jetzt auf all unseren Baustellen Hygienespender aufgestellt, Desinfektionsspender, damit die Mitarbeiter möglichst gut die aktuellen Baustellen überhaupt noch bedienen können. Wir achten, dass die Mitarbeiter notfalls nochmal auch mit einem anderen Pkw zur Baustelle fahren, damit man nicht zu eng im Auto letztendlich sitzt oder in den Bullis und Sprintern und so weiter und so fort. Das heißt, achte darauf, dass die Mitarbeiter auch den Abstand bekommen, den sie derzeit haben sollten. Wenn du einen Produktionsbetrieb hast, so wie bei uns in der Tischlerei, dann ist es immer gut zu sagen, du machst ein Schichtsystem. Das heißt, wir fertigen derzeit unsere Aufträge in zwei Schichten. Da nochmal ein großes Kompliment, ein großes Lob, ein großes Dank an meine Mitarbeiter, weil die ersten kommen tatsächlich morgens im Moment um 5, bleiben dann bis 13 Uhr und dann kommt die nächste Schicht um 13.30 Uhr und die bleiben dann bis spätabends, damit wir die Mitarbeiter im Betrieb entsprechend entzerren und damit nicht zu viele Mitarbeiter gleichzeitig im Betrieb sind. Das hat übrigens auch den Vorteil, falls einer deiner Mitarbeiter an Corona erkranken sollte, Virus infiziert werden sollte, dann kannst du davon ausgehen, dass eben nur diese eine Schicht unter Beobachtung möglicherweise sogar in Quarantäne kommt und du kannst mit der zweiten Schicht aber noch weiterarbeiten. So dass mein Tipp an der Stelle nochmal ist, mische nicht die Teams beziehungsweise die Schichten, sondern trenne wirklich die Schichten sehr konsequent, damit du produktionsfähig bleibst, wenn du einen Produktionsbetrieb hast. Ja und dann sind es natürlich so allgemeine Dinge, versuch dein Immunsystem zu stärken, ernähre dich gesund, ich beispielsweise nehme derzeit Vitamin C noch zusätzlich, weil das eben sehr sehr gut fürs Immunsystem ist. So kommen wir zum zweiten Punkt, den vielen natürlich im Moment, ja oder der vielen Sorge bereitet und zwar ist das das Thema Liquidität. Also wenn du jetzt schon Umsatzeinbrüche hast oder wenn du erwartest, dass Umsatzeinbrüche durch Corona kommen werden, dann ist natürlich deine Aufgabe als Unternehmer im Moment vorrangig, dein Unternehmen zu stabilisieren. Und dazu musst du sehr genau im Moment den Mittelabfluss und den Mittelzufluss im Auge haben. Der Mittelzufluss kann natürlich jetzt deutlich gestört sein, wenn Kunden Montagetermine verschieben, wenn Aufträge abgesagt werden, Aufträge sich verschieben. Wenn du im Messebau tätig bist, kann es sein, dass deine Umsätze auf Null runtergehen. Also du musst im Moment sehr genau Mittelzufluss und Mittelabfluss im Blick haben. Insbesondere solltest du den Fokus haben auf deinen Mittelabfluss. Und da unterstützt ja der Gesetzgeber, da unterstützt der Staat durch ein paar Maßnahmen. Und auch wenn es vielleicht wiederholend ist zu den Informationen, die du schon hast von den Kreishandwerkerschaften, Handwerkskammern etc., möchte ich hier trotzdem nochmal die wesentlichen Punkte auflisten. Am Ende kommt natürlich nochmal ein Tipp, den du nicht überall hörst. Von daher bleib auch wirklich bis zum Schluss in diesem Video. Also Thema Liquiditätssteuerung, ganz wichtig. Du musst dein Unternehmen stabilisieren und was du sofort machen kannst, ist, dass du die Anpassung deiner Steuervorauszahlung vornehmen kannst. Und damit meine ich insbesondere die Einkommenssteuervorauszahlung, Körperschaftssteuervorauszahlung und Gewerbesteuervorauszahlung. Das heißt, nutze die Möglichkeiten, nutze die Anträge, die du derzeit sehr vereinfacht an die Finanzämter und an die Gemeinden rausschicken kannst und nutze die Anträge auf die Anpassung der Steuervorauszahlung. Denn wenn du jetzt starke Umsatzeinbrüche haben wirst, dann wird natürlich auch in 2020 voraussichtlich dein Jahresergebnis niedriger sein. Das heißt, das führt dann zu niedrigeren Steuern und du kannst jetzt schon die Anträge stellen, um die Vorauszahlung herabsetzen zu lassen. Das ist der erste Punkt. Wenn du sagst, im Moment sind auch hohe Steuerzahlungen zu erwarten, dann kannst du natürlich auch die Stundung beantragen. Und da hat der Gesetzgeber meiner Meinung nach tatsächlich ein Novum eingeführt, was es so noch nie gab. Du kannst neben der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuerstundung kannst du sogar Umsatzsteuerzahlungen stunden oder einen Antrag stellen, diese Umsatzsteuer, dass sie dir gestundet wird. Und das ist deswegen ein Novum, weil Umsatzsteuer und Lohnsteuer, das sind treuhänderisch verwaltende Steuern, bei denen in der Vergangenheit das Finanzamt sehr, sehr rigoros war. Und bisher war Umsatzsteuer, Lohnsteuer immer ein riesen Tabuthema. Und das hat sich jetzt geändert. Das heißt, du kannst sogar Umsatzsteuerzahlungen stunden lassen. Und wenn du schon so stark von Umsatzeinbrüchen betroffen bist, dass dir das weiterhilft, dann mach auch das, weil du brauchst im Moment dann tatsächlich die Liquidität in deinem Unternehmen. Dann im Zweifel nutze auch die Regelung zum Kurzarbeitergeld. Ich kenne es von einigen Kollegen, die schon Kurzarbeitergeld beantragt haben für die Mitarbeiter. Sprich mit deinen Mitarbeitern darüber, sichere die Arbeitsplätze und nutze eben da auch die Möglichkeiten. Und da ist es wichtig, dass du relativ schnell die Anzeige stellst für das Kurzarbeitergeld. Danach den eigentlichen Antrag, diese Gelder in Anspruch zu nehmen, das ist nochmal ein zweiter Schritt. Sehr genaue Informationen findest du auf der Website der Bundesarbeitsagentur. Aber wichtig ist meiner Meinung nach, dass die Anzeige möglichst schnell rausgeht, damit du schon mal eine Vorgangsnummer hast. Denn bei uns im Kreis Steinfurt, wo ja die Tischlerei beheimatet ist, geht man im Moment davon aus, dass von 10.000 Unternehmen im Kreis ungefähr 6.000 Unternehmen Kurzarbeitergeld beantragen werden. Und das stellt natürlich auch die Arbeitsagentur vor große Herausforderungen, dieses überhaupt am Ende bearbeiten zu können. Das heißt, nutze jetzt direkt, komm direkt in die Aktion und beantrage entsprechend oder stelle die Anzeige für das Kurzarbeitergeld. Ganz wichtig. Und dann ist ganz entscheidend, ich habe mit vielen Handwerksunternehmern gesprochen, die mich gefragt haben, Mensch, ich habe jetzt schon Auftragseinbrüche, wie kann ich damit umgehen? Was erwartet mich? Also viele, sagen wir mal ganz ehrlich, viele Handwerksunternehmer tun sich ja schwer mit der kaufmännischen Jahresplanung. Ich weiß auch, viele Handwerksunternehmer haben sowas gar nicht. Ich für meine Unternehmen habe sowas immer. Das heißt, ich habe immer über das gesamte Jahr eine Umsatzkosten- und Ergebnisplanung. Und ein Irrglaube wird sein, dass man Umsatzeinbrüche, wenn man sie hat, allein weg nur durch Kurzarbeitergeld. Selbst wenn du die Mitarbeiter zu 100 Prozent nach Hause schickst, dass das allein ausreicht, um dein Unternehmen zu stabilisieren. Weil du hast auch andere Fixkosten, Gebäudemieten etc. und diese Kosten werden weiterhin da sein. Das heißt, du brauchst nicht nur ein Bauchgefühl nach dem Motto, okay, wenn jetzt Umsatzeinbrüche kommen, mache ich ein bisschen Kurzarbeitergeld und dann wird es schon laufen. Das funktioniert nicht, sondern du brauchst sehr, sehr genaue Zahlen. Du brauchst einfach die Zahlen. Wie entwickelt sich die Rentabilität und die Liquiditätssituation in deinem Unternehmen, wenn du von einem Umsatzrückgang von x Prozent ausgehst? Und setz dich deswegen mit deinem Steuerberater zusammen. Im Zweifel schreib mir auch eine Mail, dann können wir in Kontakt treten. Aber darum geht es mir jetzt gar nicht in erster Linie, sondern ich möchte in erster Linie mit diesem Video euch helfen und ein paar Tipps geben. Also sprich mit deinem Steuerberater darüber, dass er dir so eine Planung macht und wirklich eine Vorschau erstellt, wie entwickelt sich Ertrag und vor allen Dingen Liquidität in deinem Unternehmen bei gewissen Annahmen, beispielsweise, dass dein Umsatz um 30, 40, 50 Prozent zurückgeht. Ganz, ganz wichtig. Also du brauchst die konkrete Zahl. Und wenn du die Zahl hast und du stellst fest, Mensch, ich komme wirklich in einen Liquiditätsengpass und die Reserven reichen nicht aus, dann nutze auch jetzt schon die Möglichkeit, die von der KfW in Aussicht gestellten Hilfsmittel in Anspruch zu nehmen. Und obwohl das Stand heute ja ganz klar erst mal nur Darlehen sind, sehr zinsgünstige Darlehen mit hohen Haftungsfreistellungen für die Banken, damit die Kredite eben schneller bearbeitet werden können, nutze die Möglichkeit trotzdem natürlich jetzt schon mit deinem Bankberater, mit deiner Hausbank über diese Themen zu sprechen. Denn auch da hilft dir die schnelle Bearbeitung und das Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also kontaktiere jetzt im Zweifel schon deine Bank, wenn du weißt, bei mir wird eine Liquiditätslücke von X eintreten. Denn wenn du es jetzt machst, dann wirst du sicherlich zu einer der Ersten gehören, die sich direkt auch um solche Themen kümmern. Und dann hast du die Liquidität schon mal sichergestellt und kannst eben diesen entsprechenden Puffer in Anspruch nehmen. Man muss dann mal abwarten, ob, wenn man jetzt schon diese zinsgünstigen und sehr stark vereinfachten Darlehen in Anspruch nimmt, ob es nachher da auch Tilgungszuschüsse gibt. Das ist sicherlich alles noch im Moment relativ offen. Aber meine Empfehlung ist, jetzt schon frühzeitig mit deinem Banker über diese Themen zu sprechen, unabhängig davon, ob du jetzt schon die Liquidität brauchst. Denn meine Erfahrung ist im Allgemeinen, wenn du irgendwann die Liquidität brauchst, dann ist es eigentlich zu spät, sich darum zu kümmern. Das heißt, kümmere dich lieber jetzt drum. Und wenn die Liquidität dann eben nicht benötigt wird, so what, dann zahlst du eben die Darlehen schneller wieder zurück. Denn davon ist im Moment auszugehen, dass diese Darlehen, die von der KfW in Aussicht gestellt sind, sicherlich auch sehr, sehr hohe Sondertilgungsmöglichkeiten haben. Im Zweifel sogar jederzeitige vollständige Rückzahlung. Aber das kannst du mit deinem Banker alles besprechen. Mein Tipp ist nur, dich wirklich frühzeitig damit zu beschäftigen. So, und jetzt kommt der dritte Punkt. Der ist mir eigentlich mit am wichtigsten, weil das vergessen sehr viele im Moment. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um dein Unternehmen nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Also nochmal über die Themen Positionierung, Marketing, Strategie nachzudenken. Denn jetzt sind die Möglichkeiten noch da. Jetzt ist die Liquidität noch da, um im Zweifel da auch in solche Bereiche zu investieren. Weil wer sich jetzt gut aufstellt oder wer schon gut aufgestellt ist, wer jetzt guckt, wie kann ich besser Kunden erreichen, wie kann ich Online-Marketing nutzen, wie kann ich Digitalisierungsthemen voranbringen, wie kann ich mich im Verkauf verbessern, der wird mit Sicherheit gestärkt aus der Krise herausgehen. Denn wenn es dann wieder anzieht mit der Konjunktur. Und das ist eben mein fester Glaube, dass die derzeitige Situation auch dazu führt, dass wir im Handwerk davon profitieren werden, wenn die Krise vorbei ist. Denn im Moment sind die Leute zu Hause und beschäftigen sich höchstwahrscheinlich sehr, sehr intensiv damit, was man denn zu Hause alles noch so verschönern könnte. Die Baumärkte im Moment sind fast ausverkauft, weil auch viel zu Hause renoviert wird. Und ich glaube einfach fest daran, dass gute Zeiten kommen fürs Handwerk. Aber die Betriebe, die natürlich im Verkauf in der Positionierung stark sind, werden viel schneller wieder auf den grünen Zweig kommen, wie die Betriebe, die da Schwierigkeiten haben. Also das ist meine große Empfehlung, nicht nur zu gucken, wie kannst du durch kurzfristige Maßnahmen dein Unternehmen stabilisieren, wie kannst du Dinge wie Kurzarbeitergeld etc. in Anspruch nehmen, sondern auch wirklich denk über deine Positionierung darf, denk über Verkaufsthemen nach etc. und investiere jetzt die Zeit. Die hast du nämlich jetzt, um dich da entsprechend fit zu machen. Ich muss mal gucken nachher, wenn das Video online geht, welche Informationen ich noch in die Shownotes eintrage, aber da werden sicherlich einige Links sein. Wichtig auch immer, haltet euch auf Stand bei den Handwerkskammern, bei den Kreishandwerkerschaften, weil da muss ich zumindest für diese Region sagen, hier mit herzlichen Grüßen an Frank Tischner. Das, was die Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf hier im Moment leistet, ist nach meiner Auffassung überragend. Es gibt sogar hier einen Wochenendnotdienst, ein Wochenendtelefon, wo besorgte Unternehmer anrufen können. Das finde ich ganz, ganz großartig. Also stets aktuelle Informationen findet ihr sicherlich auch auf den Webseiten eurer Handwerkskammern, eurer Kreishandwerkerschaften und in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Kommt gut durch die Krise. Helft einander, gebt weiter Gas, denn ich bin mir sicher, es kommen gute Zeiten fürs Handwerk. Lasst den Kopf nicht hängen. In dem Sinne, bleibt gesund und viele Grüße. Bis bald mal.